Digitale Profis? Das ist doch dieser YouTube-Kanal, bei dem es um alle Themen rund um Künstliche Intelligenz geht. Den sollte wirklich jeder kennen. KI-generierte Videos sind eins der spannendsten Felder im Bereich Künstliche Intelligenz und die Fortschritte, die wir auch hier über die letzten paar Monate gesehen haben, sind wirklich unglaublich. Noch vor kurzer Zeit war das hier das Beste, was wir bekommen konnten. Klar, an sich auch beeindruckend, dass so ein Video einfach nur aus Text erzeugt wurde, aber man erkennt doch relativ klar, dass das kein echter Film ist. Die ersten Demos von Zora von OpenAI haben dann ein ganz anderes Bild geliefert. Alle waren beeindruckt und gespannt darauf, was hier auf uns zukommt. Aber bis heute gab es keine Updates dazu und wir können überhaupt nicht sagen, ob und wann wir mal Zugriff auf das OpenAI-Modell bekommen. Jetzt hat aber einer der anderen Anbieter mal wieder einen echten Hammer vorgestellt. Runway ML hat die neue Funktion Act 1 präsentiert. Und auch wenn man sich unter dem Namen erstmal nicht viel vorstellen kann, es handelt sich um einen absoluten, Achtung, Game-Changer im Bereich Video-KI. Mit dieser Technologie kann man nämlich ganz einfach die Mimik und Mundbewegung eines Videos auf ein anderes Bild übertragen. Okay, hört sich vielleicht auch noch relativ unspektakulär an, aber schauen wir uns kurz einen Clip an, der so erzeugt wurde. Ich bin lange genug, ich denke, es ist Zeit, zu entscheiden. Du wirklich denkst, dass du einfach nur auswählstst? Ich habe zu. Es gibt keine andere Wahl. Es gibt immer eine Wahl. Du einfach nicht möchtest. Was würde ich mir machen? Stay? Just watch es all crumble around me? Es ist was du für das, was wir alle haben. Ich habe aufgewandelt, um eine Unterschiede zu machen. Ich versuche nicht nur, dass ich ein Kod in der Maschine sein werde. Du denkst, dass das alles nichts lösen wird? Das ist ein Start. In diesen Demos, finde ich, wird auf ziemlich beeindruckende Art und Weise klar, was diese Technologie alles ermöglichen kann. Noch krasser finde ich es persönlich, wenn man sich nochmal die Ausgangsclips direkt im Vergleich mit ansieht. Es gibt immer eine Wahl. Du möchtest einfach nicht die Alternativen. Was würdest du mir machen? Stay? Just watch it all crumble around me? Aktuell sind wir auf das Format Sprecher beschränkt, aber alleine schon diesen Dialog der beiden Charaktere so einfach erzeugen zu können, in der Länge mit komplett gleichbleibender Qualität, es verändern sich keine Dinge über die Zeit, wie es sonst oft bei KI-Videos der Fall ist, das habe ich ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass das heute schon so gut möglich ist. Als ich den gerade gezeigten Clip das erste Mal gesehen habe, war ich mir auch wirklich kurz unsicher, ob das wirklich alles KI generiert ist. Und Runway hat sogar nochmal nachgelegt und einen zweiten Clip produziert, der fast schon ein bisschen wie ein echter Pixar-Kurzfilm aussieht. Auch hier schauen wir mal kurz rein. Man, I'm starving. What should we get for lunch? Not pizza. I can't eat any more pizza. How about the Austrian place around the corner? I heard they have great schnitzels. I do love schnitzel. Me too. I could really go for a good beaner schnitzel. You know that's wheel and not pork, right? Of course I know that. Wait, really? Alle diese Runway-Clips sind natürlich direkt in der Beschreibung hier verlinkt. Dann könnt ihr sie auch nochmal oder in voller Länge ansehen. Im Intro habe ich es ja schon gesagt. Runway hat diese neue Technologie auch schon wirklich zur Verfügung gestellt und man kann das Ganze selbst ausprobieren. Egal ob mit einem bezahlten Plan oder mit einem kostenlosen Account. Einen kleinen Haken gibt es aber natürlich. Wenn ich bei Runway auf der Homepage runwayml.com angemeldet bin, dann habe ich aktuell ein relativ prominentes Banner ganz oben, mit dem ich direkt zum neuen Tool Act One komme. Alternativ kann ich aber auch immer ein bisschen nach unten zu den Tools scrollen und Generative Video auswählen. Damit komme ich erstmal zum normalen Video-KI-Tool, kann dann aber in der linken Seitenleiste beim Icon unter dem T Act One auswählen. Und dann ist es im Prinzip wirklich simpel, denn jetzt brauchen wir nur zwei Dinge. Die sogenannte Driving Performance, damit ist das Ausgangsvideo gemeint. Dieses Videomaterial verwendet Runway dann, um in Kombination mit einem Bild, der sogenannten Charakterreferenz, den neuen Videoclip zu erstellen. Machen wir doch direkt ein kleines Beispiel, um zu sehen, wie easy das wirklich ist. Digitale Profis? Das ist doch dieser YouTube-Kanal, bei dem es um alle Themen rund um künstliche Intelligenz geht. Den sollte wirklich jeder kennen. Nachdem ich jetzt also meine Driving Performance habe, kann ich den Clip bei Runway hochladen. Aktuell sind einzelne Clips mit einer Länge von bis zu 30 Sekunden möglich. Also schon relativ lange für KI-Video. Wir haben es ja aber auch im Beispiel mit der Unterhaltung im Deine gesehen. Man kann durchaus auch längere Filme erstellen, indem man dann eben einen Szenenwechsel hat. Durch die Verwendung der gleichen Bilder für die Charakterreferenz bekommt man trotzdem diesen schönen gleichbleibenden Look. Es gibt an sich hier nochmal zwei Möglichkeiten, wie ich weitermachen kann. Ich kann entweder eine existierende Charakterreferenz auswählen. Dabei kann man auch noch filtern, zum Beispiel fotorealistisch oder eher animiert. Oder ich kann ein eigenes Bild hochladen. Ich wähle hier einmal eine der Standardvorlagen aus und dann werde ich noch ein eigenes Bild verwenden. Und wir schauen uns gleich die Ergebnisse gemeinsam an. Solange Runway jetzt für mich im Hintergrund die Clips erstellt, noch kurz ein relativ wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Pro Sekunde erzeugt im Video kostet die Nutzung von Act One aktuell 10 Credits bei Runway und mindestens 50 Credits für einen Clip. Das bedeutet im Klartext, auch wenn unsere Driving Performance nur 3 Sekunden lang ist, bezahlen wir 50 Credits. Man sollte es dann also am besten ausnutzen. Und hier ist auch der Haken, den ich gerade erwähnt habe. Ja, Act One ist auch im kostenlosen Plan nutzbar. Kostenloser Plan bei Runway ML heißt aber aktuell 125 Einmal-Credits, die nicht erneuert werden. Also, im Klartext können wir, angenommen wir haben noch alle Credits, genau 12,5 Sekunden Video mit diesem neuen Tool erstellen. Was natürlich nicht besonders viel ist. Und ehrlicherweise auch, wenn ich hier mal meinen Standardplan für Runway ML anschaue, für den ich aktuell 15 Dollar im Monat bezahle, dann bekomme ich dafür jeden Monat 625 Credits zur Verfügung gestellt. Bedeutet, ein bisschen über eine Minute Act One-Nutzung pro Monat, was auch noch nicht super viel ist. Auf der anderen Seite muss man anerkennen, was schon mit dieser ersten Version von Act One eigentlich möglich ist. Ganze Filme oder Szenen können somit einem im Vergleich zu Profi-Produktionen eigentlich lachhaften Budget erstellt werden. Von allen, die einen Computer bedienen können. Um das Maximum aus unserem begrenzten Budget herauszuholen, gibt es übrigens einen kompakten, aber durchaus hilfreichen Artikel von Runway selbst, in dem Vorgaben für unter anderem gute Driving-Performances gegeben werden. Hier sehen wir verschiedene Beispiele, die sich besser oder schlechter eignen, je nach Entfernung, Ausrichtung und Komplexität der Aufnahmen. Runway selbst betont aber auch, dass dieser Guide nicht davon abhalten soll, auch mal zu experimentieren. Denn vielleicht sind auch mit laut dem Artikel eher ungeeigneten Szenarien, wie beispielsweise einem Tier als Charakterreferenz, gute Ergebnisse machbar. Aber werfen wir doch noch kurz zum Abschluss einen Blick auf unsere Ergebnisse, direkt Side-by-Side mit meiner Driving-Performance von gerade eben. Ich muss sagen, dass ich auch als Timothy eine gute Figur vor der Kamera machen würde. Aber Spaß beiseite. Die Möglichkeiten, die Act One uns bietet, sind wirklich interessant. Und ich bin schon sehr gespannt, wie sich diese Technologie weiterentwickeln wird. Wie seht ihr das? Überzeugen euch die Ergebnisse? Und wie schätzt ihr die Auswirkungen auf beispielsweise die Motion-Capture-Industrie ein? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten freue ich mich wie immer über Likes und Abos für den Kanal. Mein Name ist Johannes Ruhf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.